Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute bin ich rund um Ommersheim unterwegs. Diese Tour hat etwa 13 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese so sind, dann bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Würde mich brennend interessieren, schreibt mal unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. noch etwa zwei kilometer dann bin ich auch schon wieder am auto die tour hat mir eigentlich gut gefallen vor allem wegen den werten aussichten in spießkau richtig genial wenn euch diese tour auch gefallen hat würde ich mich über einen daumen hoch sowie über kommentare sehr freuen und wenn ihr noch kein abo da gelassen habt einfach ein kostenloses abo da lassen vielen vielen dank und bis bald ciao und Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind es noch etwa 2 Kilometer, dann bin ich auch schon wieder im Auto. Die Tour hat mir eigentlich gut gefallen, auch wenn ich auf... Noch etwa 2 Kilometer, dann bin ich auch schon wieder im Auto. Die Tour hat mir eigentlich gut gefallen, auch wenn ich auf vielen breiten Wegen war. Am Anfang hat man eine schöne Aussicht ins schöne Mandelbachtal und daher... Noch etwa 2 Kilometer, dann bin ich auch schon wieder im Auto. Die Tour hat mir eigentlich gut gefallen, wegen den schönen Aussichten weit ins Land. Richtig top, Daumen hoch. Wenn euch... Noch etwa... Noch... ... ... ... Vielen Dank.